Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen den Austausch der Feinsicherung der Platine Ihrer Siebträgermaschine zeigen. Trennen Sie zuerst Stromversorgung. Nehmen die Abdeckungen des Tassenwärmers ab. Lösen Sie dann alle Schrauben und nehmen Sie die beiden Blenden ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lösen Sie die beiden Schrauben des Platinengehäuses und nehmen Sie den Deckel ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie können die Feinsicherung auf der Platine austauschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020